Ich will Ihnen jetzt auch nur eine gute Projektion wünschen. Ich will noch mal ganz kurz Pola Beck hier begrüßen und würde Sie aber gleich im Anschluss an den Film noch mal ein bisschen genauer vorstellen. Und dann gibt es auch das Q&A nach dem Film. Also gute Projektion. Ja, ich wünsche Ihnen auch eine gute Projektion und freue mich sehr hier zu sein. Bis nachher. Ja, genau. Ich möchte mal ganz herzlich Pola Beck begrüßen und freue mich sehr, dass sie hier ist und will sie noch mal ganz kurz vorstellen. Und zwar hat sie in Berlin an der HFF in Potsdam-Babelsberg studiert, hat dort schon einige Kurzfilme zuerst gemacht und die auch erfolgreich auf Festivals liefen, unter anderem auch auf der Berlinale. Sie hat dann 2012 ihren Abschlussfilm gemacht, der am Himmel der Tag, der auch auf vielen Festivals gelaufen ist, unter anderem in Zürich auch eine Aufzeichnung bekommen hat und auch auf vielen anderen Festivals. Und der auch hier bei uns im DFF als Was tut sich im deutschen Film lief. Und ja, genau. Jetzt, das ist der zweite Langspielfilm. Sie hat natürlich auch noch Kurzfilme und fürs Fernsehen gearbeitet. Serien gemacht. Ja, genau. Aber der erste, zweite lange Spielfilm. Der hatte seine Premiere jetzt auf dem Filmfest in München gehabt und wir haben ihn sozusagen als Vorpremiere bekommen, bevor er dann im November in den deutschen Kinos startet. Genau. Der Film ist, also was interessant ist vielleicht an den beiden Filmen, an dem ersten langen Film und ist bei dem, dass, sozusagen die Darstellerin, die Hauptdarstellerin, irgendwie die gleiche, ist auch eine Tetzel und dass auch der Drehbuchautor... Und der Kameramann auch. Ah, gut, ja, okay, das hat jetzt nicht mehr so ein Wunderlicht. Wunderlich, der Autor, Kameramann. Ja, genau. Und jetzt wäre aber meine erste Frage erstmal, wie seid ihr sozusagen auf den Stoff oder auf das Buch gekommen? Und genau, dann schließen sich die anderen Fragen wahrscheinlich gleich an. Ja, genau. Also ich hatte 2014 rum, vielleicht sogar noch ein bisschen früher von meinem Agenten das Buch in die Hand gedrückt bekommen und er sagte zu mir, lies mal, das könnte was für dich sein. Und dann habe ich es gelesen und war sehr, ja, ergriffen, muss man sagen, von dieser Hauptfigur und welche Wucht die hat und wie sie mit all ihren Traumata und ihren Verlusten sich wieder ins Leben kämpft. Und dann habe ich sofort an Aileen Tetzel gedacht, weil ich unbedingt mit ihr wieder ein Projekt machen wollte. und Aileen ist auch sehr anspruchsvoll in ihrer Auswahl. Sie macht auch nicht alles und dann bin ich an sie herangetreten und habe gesagt, das würde ich gerne mit ihr machen. Und dann war das aber gar nicht so leicht, eine Produktionsfirma zu finden. In Deutschland schreit jetzt niemand nach einem Drama im Kino. Und auch der Roman selber ist jetzt nicht so, dass man ihn liest und sofort denkt, das ist ein Film, sondern ich dachte, das muss ein Film werden und da war noch ganz schön viel zu tun. Genau, und ja, also das war sozusagen dann noch eine kleine Reise von 2014 bis hierher. Da war ich auch so gedacht, die Hauptfigur, ja genau, es ist so ein bisschen, also auch in dem ersten Film spielt sie eine Figur, die so ein bisschen orientierungslos oder coming of age, also noch auf der Suche nach sich selbst ist und jetzt in dem Film ja auch. Deswegen ist auch nochmal so interessant, so ein bisschen irgendwie ihre Figur. Aber genau, wie seid ihr dann mit dem Drehbuch, ihr habt das, glaube ich, diesmal zusammen auch geschrieben oder wie seid ihr mit dem Roman sozusagen umgegangen, weil es ja auch nicht so einfach war und ich glaube, ihr habt euch jetzt hier auf so einige Sachen konzentriert, während im Roman noch andere Sinn vorkommen, die aber hier jetzt erstmal weggefallen sind. Aber ich denke, man muss sich bei so einem Roman auch auf bestimmte Aspekte irgendwie begrenzen und vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen was erzählen. Genau, also erstmal ist es ja so, wenn man jetzt so einen Roman verfilmen will, dann, also ich hätte da einen Drei-Stunden-Film draus machen können, episch, und hätten wir das Geld gehabt, hätte ich das auch wahrscheinlich sehr gerne gemacht. Sehr gerne. Genau, nur die Mittel waren begrenzt und der Film hatte jetzt nicht mehr als ein normaler Fernsehfilm und wir sind ja auch noch nach Israel gereist in Corona-Zeiten, das ist noch ein anderes Thema und wir haben dann erstmal entschieden, ich wollte erstmal ursprünglich, dass es eine Frau schreibt und eigentlich dachte ich, es müsste irgendwie so ein Team sein aus Leuten, die verschiedene Wurzeln in sich tragen und nach langer Autorensuche bin ich dann wieder bei Burkhard Wunderlich gelandet, der eben auch meinen Abschlussfilm geschrieben hat, der auch einfach tolle Frauenfiguren schreibt und er hat es einfach irgendwie am besten verstanden, diese Mascha zu erzählen und dann haben wir gedacht, wir sind erstmal ein bisschen chronologischer, haben dann eine erste Fassung geschrieben, die eigentlich, ja sag ich mal, ein bisschen klassischer war, dann habe ich es gelesen und dachte, ist ja alles schön und gut, aber das kann nicht der Film werden zu diesem Roman, weil diese Figur ist, diese Figur Mascha, der Film muss werden wie die Figur und der muss mutiger sein und dann haben wir uns entschieden, sozusagen in den Zeitebenen sehr stark zu springen, auch auf Gefahr hin, dass vielleicht manche ZuschauerInnen da ein bisschen mithadern, aber wir wussten, es wird einfach richtig sein für den Film, dass er nicht zu brav wird und eben mir war wichtig, dass es eben, ja auch einfach, im Buch ist es ja auch so, sie erinnert sich immer mal wieder an Elias und es kommt ganz unvermittelt und das fand ich sehr wichtig, dass das irgendwie so ein Gefühl ist, auch, ja, was irgendwie, ja, wo man sich drin reiben kann, auch an dieser Figur und dass der Film auch so ein bisschen so sein muss, ja. Und vielleicht noch eine ganz kurze Sache, was sehr interessant ist, auch wenn man eben Filme macht, ist, dass man oft diese Kill Your Darlings Momente hat, die wehtun und da ist auch noch viel aus dem Film rausgefallen, aber was in der Entwicklung ganz interessant war, es gab die Eltern von Elias und es gab quasi nochmal einen Strang, wo die auch dahin reisen und dann haben wir aber eine sehr große Förderung nicht bekommen und dann war wirklich so, irgendetwas aus diesem Buch muss rausfallen und dieser Strang ist dann rausgefallen und am Ende geht man damit um, aber es wäre noch ein anderer Film geworden, aber es ist sehr interessant, was dann eben auch solche Entscheidungen machen mit dem Film am Ende. Und wie weit hat irgendwie Eileen Tetzel da auch schon ein bisschen bei der Rolle irgendwie mitgewirkt, war sie schon von Anfang an sozusagen auch beim Drehbuchschreiben schon mit involviert? Genau, sie hat immer gelesen, sie hat immer ihren Senf dazu gegeben, wir haben einen Schauspiel-Ensemble-Workshop gemacht, vorneweg mit Theresa Harder, mit der ich immer arbeite vor jedem Projekt, wo wir quasi so eine Art Familienaufstellung gemacht haben, also in den Rollen, was immer eine tolle Arbeit ist und einfach allen hilft, ja nochmal so ihre Punkte zu kennen, wo sie wann wie stehen und welche Beziehungen sie haben, also sowohl energetisch als auch eben einfach, dass man sich mal vorm Dreh wirklich spürt und kennenlernt und wirklich intensiv Zeit miteinander verbracht, haben wir verbracht, auch in Israel dann, weil wir da sehr lange sein mussten, um den Lockdown, also unserem Quarantäne, 14-Tage-Quarantäne zu entgehen, waren wir dort sehr, sehr lange sein mussten. Ja, genau, ich weiß nicht, gibt es schon Fragen aus dem Publikum? Sonst würde ich vielleicht, gut, sonst noch eine Frage, genau, weil ich auch ganz interessant fand, so diese erste Einstellung, weil diese Figur ist ja eben sehr komplex und ich fand so diese erste Einstellung auch schon so ganz interessant, weil da ja schon so ein bisschen auch irgendwie die Geschichte im Prinzip so ein bisschen vorweggenommen wird, wo aber am Anfang manchmal ein bisschen verwirrt ist, was da eigentlich jetzt passiert, warum sie im Bett ist und plötzlich irgendwie drei verschiedene Personen um sie herum sind, aber das fand ich auch so als Eröffnungsbild eigentlich eine ganz schöne Einstellung und weiß nicht, irgendwie ist das, war das am Anfang an so klar oder ist das dann erst später oder wie habt ihr? Das ist lustig, dass du, ich weiß das gar nicht mehr so genau, ich weiß gar nicht mehr, ob es so ein Drehbuch war oder ob es im Schnitt entstanden ist, ich glaube, es war auf jeden Fall am, also ich glaube, ich war am Anfang von dem Drehbuch an irgendeiner Stelle schon verhaftet, weil es ja eben neugierig machen soll, aber ob es der Anfang Anfang war, das weiß ich gar nicht mehr. Das ist dann so ein Prozess irgendwie so gewachsen. Genau, ja, ich komme. Ja doch, dann hören die anderen Leute sie auch besser. Ja, ich habe eine Frage an Sie und zwar, ich bin mit diesem Titel, der gewählt wurde, also so in mir überhaupt nicht zurecht gekommen. Also der Russe liebt die Birke und dann kommt die Birke fast überhaupt nicht vor, außer vielleicht in einer Szene und in zwei Sätzen und da war ich sehr verwirrt. Also so wie ich den Film, so in dem kurzen, also das wirkte jetzt alles noch nach, was ich da gesehen habe, ist mir eigentlich der Titel Cut eingefallen. Also sowohl Cut im Sinne von diesen schnellen Szene wechseln, als auch Cut im Sinne von Schneiden aufgrund dieser Traumata, die diese Mascha erlebt hat. Und ja, mich würde mal interessieren, weil dieser Titel erscheint mir extrem weit entfernt von der Mascha. Ja, danke für die Antwort. Also erstmal finde ich das immer total spannend, über Titel zu sprechen und auch was sie auslösen. Und ich glaube, bei meinem Abschlussfilm Am Himmel der Tag war es schon ein ähnliches, interessantes Thema. Hier ist es ja erstmal zuallererst ein Roman, den ich verfilmt habe, der so heißt und dem möchte ich auch gerecht werden. Und wir wollten auch nicht den Titel ändern. Allein schon aus dem Grund, dass ja Menschen, die den Roman lieben, und das war ja auch ein Bestseller, ins Kino gehen. Aber zu dem Titel selber, ich glaube, es ist sogar ein Zitat aus einem Tschechow-Stück, aber das weiß ich gar nicht so ganz genau. Also für mich ist es ja, wie ja auch in der einen Szene im Film, es ist ja wie so eine Art ironisches Augenzwinkern auf die Klischees, die wir sozusagen bestimmten Völkergruppen zuschreiben oder irgendwelchen Ländern. Oder wie sind die Deutschen, wie sind die Russen, wie sind die Polen, wie sind die Italiener. Weil der Russe ist einer, der Birken liebt, ist ja was sehr Poetisches auch, wie ich finde, auch wahnsinnig gut zu dem Film passt, weil er auch eine poetische Seele hat, finde ich. Und deshalb haben wir gesagt, erstens, der wird so heißen wie der Roman, und zweitens finde ich, ich persönlich, das ist immer sehr schön, wenn man einen Filmtitel hat und irgendwo kommt in einem Zitat der nochmal vor. Und man hat Assoziationen dazu und die sind frei und das darf aber auch sein. Also ich hoffe, Sie können damit was anfangen oder verstehen, was ich meine. Ich hätte auch noch eine Frage. Zunächst hier, hallo, hallo Frau Beck. Wollte ich sagen, ich fand den Film ganz großartig, ja, wunderbar, sehr tiefgehend. Und ich glaube, da werde ich auch noch ein bisschen drüber nachdenken. Dankeschön. Der wird sich sicherlich noch setzen. Die Frage, die ich Ihnen stellen wollte, weil Sie es auch angesprochen hatten im Gespräch, ist zu den Dreharbeiten in Israel. Da würde mich mal interessieren, wie das vonstatten ging. Ich habe jetzt leider nicht im Kopf, wann genau Sie den Film gedreht haben, ob es im vergangenen Jahr war und wie das so unter den Corona-Bedingungen ablief, weil ich fand jetzt vom Eindruck, den der Film vermittelt hat, war das schon sehr, sehr am realen Leben in Israel dran. Auch die ganze Clubkultur und das israelische Leben, was man im Film so sieht. Und da würde mich einfach interessieren, wie Sie das gemacht haben. Danke. Genau, also wir hatten November 2020, da begann hier in Deutschland erneut der Lockdown und eine ganz schreckliche Welle, gerade mit dem Beginn unserer Dreharbeiten. Und in Israel war auch Lockdown und wir hatten keine Ahnung, wann wir dort einreisen konnten. Wir haben dann eine Anwältin organisiert, die uns versucht hat, unsere Visa irgendwie klarzumachen, weil eigentlich dort keiner mehr gearbeitet hat in Tel Aviv. Und ich weiß gar nicht mehr, wo diese Visastelle war, die war gar nicht in Tel Aviv, aber wegen Corona war da eigentlich niemand mehr irgendwie in den Büros. Und dann haben wir, glaube ich, zwei Tage, bevor wir abgeflogen sind, haben wir die Visa bekommen und waren dann völlig aus dem Häuschen und sind dann los und waren acht Stunden vor einer neuen Regelung da, wo wir 14 Tage in Quarantäne hätten müssen und waren dann in einem Hotel, wo niemand war. Ja, die Israelis haben uns auch alle gefragt, was wir hier machen, weil es waren wirklich keine Touristen im Land und es war ein sehr pures Erlebnis für uns alle, muss ich sagen. Also ich war, also diese fünf Wochen da, die waren so intensiv und so wunderschön und ich glaube dadurch, dass es eben so, ja, dass wir dort quasi so viele Unterhaltungen und Begegnungen hatten, weil das Interesse an uns oder auch an dieser Geschichte und an allem, also auch die ganze Recherche, die ja dann nochmal stattgefunden hat, die konnte irgendwie viel besser stattfinden, weil alle Leute waren irgendwie so da und so neugierig und wir haben sehr viele Sachen in Deutschland gedreht, unter anderem die Clubszenen aus finanziellen Gründen, als auch wegen der Unsicherheit, dass wir es eben in Tel Aviv wahrscheinlich gar nicht drehen können und so war es dann auch. Also da war ja alles zu und wäre viel schwieriger gewesen. Und ich, also ich, also ich, ich habe da, muss ich sagen, einfach, ich war jeden Tag dankbar. Also ich war wirklich dankbar und dachte, es ist verrückt, dass wir hier diesen Film machen dürfen, dass wir es geschafft haben, hierher zu kommen, dass wir diese Begegnung haben, dieses wunderbare Land. Also ich war wirklich noch, ich glaube ein halbes Jahr lang, völlig beseelt davon. Das hatte ich, glaube ich, auch noch nie so intensiv erlebt. So Filme machen kann schon sehr, ja, sehr besonders überraschend manchmal sein, dass man dann eben Dinge erlebt, die man so sonst nicht erlebt. Ja, genau. Genau, also vielleicht eine kleine lustige Anekdote. Wir waren auf dieser Marktstraße in Florentin und dort gab es natürlich überall Masken und wir hatten 20 Komparsen oder sowas. Und dann haben wir diese Szene gedreht, wie sie über diesen Markt läuft und es soll irgendwie sehr, also sie sollte sozusagen allein unter vielen sein. Und dann haben wir dort, ich weiß nicht, ich glaube 25 Tags gebraucht, bis wir einen Tag hatten, wo keine Maske zu sehen war. Und so ging es uns ein paar Mal, muss man sagen, auch am Strand war das nicht so einfach. Aber die Israelis, die waren ja sowieso, oder meine Erfahrung war, dass sie ganz anders als die Deutschen mit Corona auch umgegangen sind. Und viele Leute waren eher froh, dass sie mal die Maske abnehmen durften, weil sie dann lieber mit auf der Kamera sein wollten. Ja, genau. Es war eigentlich sehr schön. Gut, genau. Vielleicht noch die Frage, wie habt ihr denn mit Olga Krasnhofer zusammengearbeitet? Irgendwie gab es da von Anfang an auch irgendwie einen Austausch mit ihr? Oder habt ihr ihr mal eine Drehbuchfassung geschickt? Oder wie war die Zusammenarbeit mit ihr? Genau, also Olga Krasnhofer, zuallererst war mir wichtig, dass ich ihr Vertrauen habe, damit ich das überhaupt machen kann. Weil das ist ja natürlich so, wenn man einen Film macht und was adaptiert, dann bringt es ja nichts, wenn man gegen jemand arbeitet. Und Olga hat mir irgendwie das Vertrauen gegeben und sie hat dann auch sich relativ, ja, sie wollte sich dann auch raushalten, weil sie hatte dann auch, also, sonst hätte sie, ich glaube, sie ist auch jemand, sie macht dann auch etwas ganz oder gar nicht. Und sie war dann wichtig, ganz am Ende nochmal, da hat sie auch die letzten Drehbuchfassungen hat sie dann gelesen. Sie hatten ja auch viele so geschichtliche Sachen, da haben wir noch lange drüber gesprochen. Da war ja auch sehr wichtig, dass alles irgendwie so geschichtlich richtig ist, weil der Teil, der ja jetzt im Film eben fast gar nicht vorkommt, ist eben der Karabach-Konflikt. Und was das sozusagen alles noch im Roman mit sich bringt, gibt es ja wirklich viele Szenen auch aus der Vergangenheit, die wir aber dann irgendwann bewusst rausgenommen haben, weil ich wollte die Figur nicht über ihre Vergangenheit erklären, also nicht so stark mit Rückblenden arbeiten. Und es wäre auch extrem schwierig gewesen, das filmisch zu lösen. Und wir haben gesagt, wir entscheiden uns sehr stark, Mascha im Hier und Jetzt zu erzählen. Und Olga war damit einverstanden, genau. Und wie gesagt, die letzten Drehbuchfassungen, die letzten zwei hat sie gelesen, hat dann ihren Segen gegeben. Und Olga hat ja gesagt, das kann man so machen. Und genau, und dann, ja, sie war toll, also dass sie da wirklich mich gelassen hat so, weil sie wusste auch, es muss etwas Neues werden. Also es muss, der Film muss etwas anderes werden, als das muss, ja. Und das geht, glaube ich, nicht, wenn zwei versuchen, an irgendwas festzuhalten. Aber sie hat den Film dann auch gesehen und irgendwie, ja, ja. Ja, sie mochte ihn auch. Gibt es noch Fragen? Noch die Gelegenheit jetzt? Also mir hat der Film erstmal auch sehr gut gefallen. Vielen Dank, ich hatte eine sehr spannende Zeit. Und es sind immer wieder verschiedene Sprachen aufgetaucht. Und ich wollte mich erkundigen, welche Rolle sie in dem Film gespielt haben, weil es ja auch viel um Identität und Zugehörigkeit ging. Und das, genau, würde ich mal fragen. Also die Sprachen an sich, ja. Also die, ich glaube, die wichtigste Entscheidung für die vielen Sprachen war, dass mir wichtig war, dass Masha eben viele Sprachen spricht und dass sie das auch im Film tut, dass es nicht nur behauptet ist. Weil sie ist für mich auch so, ja, wie so ein Chamäleon. Sie passt sich immer an, an die jeweiligen Menschen, mit denen sie ist und denen sie nahe ist. So, weil sie ja auch so die Heimat in den Menschen sucht, um sich so irgendwie zu verorten und irgendwo auch darin zu retten, so. Genau, und ich fand es dann irgendwie interessant, weil ja auch als Dolmetscherin muss man ja auch immer so in ganz kurzer Zeit plötzlich sich mit jemandem verbinden und übersetzen und die Sprache finden für jemand anders. Und das fand ich irgendwie schön, dass man das auch spürt. Und dann fand ich eben auch so wichtig, also über dieses, ja, über dieses kosmopolitische Dasein so von einer Generation von jungen Menschen in Deutschland, die querverwurzelt sind, aber die sich eigentlich auch oder selber schwer tun, sich so irgendwo zugehörig zu fühlen. Also die so sehr meandern zwischen den Kulturen und gerade wenn man viele Sprachen spricht und die Möglichkeit hat, überall auf der Welt zu leben, theoretisch, und dieses, was Masha ja auch theoretisch könnte, sie, eben, das fand ich irgendwie spannend, auch über diese Sprachen, das ein bisschen nachfühlbar zu machen. Und ja, also, die musste natürlich, die Aline musste natürlich da viel auch lernen und spricht ja selber Deutsch und Türkisch, aber türkisch auch nicht so richtig gut und hat da selber auch was sehr Interessantes, sie ist selber unglaublich viel unterwegs, sie lebt in Berlin, sie lebt in London, sie ist ständig unterwegs, sie hat zwar eine Wohnung, aber eigentlich ist sie nie zu Hause und sie möchte eigentlich, sie sagt immer auch, sie ist Kosmopolitin und so ist Masha eben auch. Also sie möchte nicht irgendwo so was zugeschrieben bekommen, wer sie denn ist. Gut, ja, wenn keine weiteren Fragen sind, einen kleinen Moment sind wir auch noch draußen, aber dann würden wir, weil ja auch gleich schon wieder die nächste Vorstellung begehen, würden wir dann erstmal hier Schluss machen. Ja, ganz herzlichen Dank, dass ihr bekommen seid. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank. Vielen Dank.